unfair also einfach geradeaus und los let's go früher war das hier eine vielbefahrene handelsstraße ist die republik eine breitere straße angelegt und die handelsroute verlegt hat diese hier hat man wohl den gesetzlosen überlassen genau es dürften also noch mehr geächteter unterwegs sein wir sind fast bei der neben fest hallo leute hallo leute hallo 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 na freunde also doch so schlimm ja da drin lauert gefahr und zwar von der ganz üblen sorte gibt es ein problem aber wie wäre es mit diesem furchterregenden krieger hier ob er der aufgabe vielleicht gewachsen wäre wäre er garantiert wenn er denn gewillt ist uns zu helfen sei gegrüßt freund mein bruder und ich wurden beauftragt den wagen eines händlers zu suchen du hast nicht zufälligerweise irgendwo ein herrenloses gefährt gesehen welcher händler verliert in seinen wagen aus den augen der gute mann dachte wohl dass er von goblins angegriffen wird und da hat er alles stehen und liegen lassen und ist abgehauen und wir sollen den wagen jetzt holen aber erst nirgends zu finden ich bin zwar kein erfahrener kämpfer aber das riecht mir doch verdächtig nach banditen ich fürchte mein bruder hat recht und diese lumpen liegen garantiert noch irgendwo auf der lauer da wette ich drauf wir beide haben zwar schon einiges erlebt aber ich bezweifle dass wir einen solchen hinterhalt überstehen würden du dagegen siehst aus wie jemand der mit ein paar strauch dieben locker fertig werden würde was sagst du hilfst du uns wahrscheinlich wirst du dich so oder so mit ihnen umschlagen müssen sobald du in diese richtung weiterreist aber wenn du uns hilft bekommst du zumindest eine belohnung dafür dass du sie aus dem weg räumst aber natürlich tja wenn ich ohnehin nicht um sie herumkomme man merkt sofort da sitzt ein blitz gescheiter kopf auf deinen breiten schultern wir können uns wohl glücklich schätzen also dann besagter händler hatte in bockland wohl große geschäfte geplant und sein wagen deshalb komplett voll mit waren gestopft und ich fürchte wir kriegen den rest unserer bezahlung nur dann wenn wir die ware unfassiert an ihn zurückgeben also pass auf dass du da nicht alles kurz und klein schlägst ja von mir aus solange ihr nicht erwartet dass ich den wagen danach für euch zum markt sehe nein nein das mit dem wagen machen wir dann schon kümmer du dich einfach um die banditen und sag uns dann wo genau wir ihn finden alles andere erledigen wir also ich weiß nicht ich trau dem nicht die klingen so also die klingen irgendwie nicht nett ich vertraue dem weh irgendwie merkwürdig die beiden ja aber wenn es hier wirklich banditen gibt kümmere ich mich lieber die sind doch bestimmt die die mich da reinlocken wollen die 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 Der da hinten, ne? Der nervt mich ein bisschen. Können wir den also kurz weg machen? Was wäre eigentlich... Wären die nicht gespawnt, hätte ich nur einen gehört. Was für neue Gegner? Was für neue Gegner? Ich hab grad keine Zeit für neue Gegner. Was soll denn das? Ich bin's verwirrt. Ich bin's Ohrens verwirrt. Okay. Die werden erledigt. So. Waren bestimmt vorliegenden Menschen. Waren bestimmt ultralieb. Und es war einfach nur ne Falle. Okay, es war einfach nur ne Falle, aber die waren wahrscheinlich alle böse. Ich wollt' mich da reinlocken, diese... diese dreckigen... Das wird ein Albtraum, das alles hier wegzuschaffen. Na, da haben wir aber genau den richtigen Mann an Land gezogen, oder? Hat den Wagen gefunden und keinen einzigen von den Dreckskerlen entkommen lassen. Da wird sich unser Händler aber freuen. Und wie wollt ihr die ganzen Sachen jetzt hier wegbekommen? Das kriegen wir schon hin. Wir können doch nicht von dir verlangen, auch noch unsere Kohlköpfe zu schleppen. Du hast deine Aufgabe erfüllt. Den Rest kannst du getrost unsere Sorge sein lassen. Hier. War schön mit dir. Und jetzt zisch ab. Nicht unhöflich werden, Bruder. Was, wenn wir ihn das nächste Mal wieder brauchen? Aha. Die finden... Wer sind die? Die nerven mich. Wer sind die denn? Drecksäcke. So. Ambrosia, let's go! Also, ich müsste jetzt eigentlich mein Schwert machen können. Hallo? Aber... Ich hab keine Lust, den Weg nochmal zu laufen. Ich weiß, der ist nicht so lang, aber... Die Brücke sieht ziemlich alt aus. Hoffentlich bricht sie nicht zusammen. Die Ruine sollte zumindest halten. Verschreiß halt nicht, Jill. Was soll denn das? Der Weg geht auf der anderen Seite weiter. Ähm... Wo ist das hier? Wo bin ich jetzt? Okay. Äh... Aber ich werd erst warten, bis da ein Interit kommt. Und dann werd ich hin und her porten. Ja, ja, ja. Das ist also Zemeckis. Das Land der Götter. Es ist noch beeindruckender, als ich dachte. Als Kind hat mich diese Geschichte unglaublich fasziniert. Vor langer, langer Zeit wurden die Menschen von Gier übermannt und wollten den Göttern ihre Macht entreißen. Die letzte Schlacht trug sich hierzu, an diesen Wasserfällen. Zumindest der Legende nach. Wenn es je jemand schafft, diese Tiefen auszuloten, erfahren wir vielleicht, ob da was dran ist. Doch die Götter triumphierten über sie und straften der Menschen Überheblichkeit. Seitdem liegen auf uns zwei Flüche. Domini und Träger. Ehrlich gesagt, ich fand es immer seltsam, dass Domini und ihre Esper ein Fluch sein sollen. Bei uns erbte der Dominus den Thron. Er wurde verehrt und nicht etwa verachtet. An dieser Stelle der Geschichte habe ich damals immer gedacht, dass ich etwas falsch verstanden hätte. Du hattest viele Sagenbücher, oder? In deinem Zimmer, als wir jung waren. Die alten Legenden fand ich immer am besten. Epische Schlachten zwischen Gott und Mensch. Vater ließ mich so viel lesen, wie ich wollte. Weil es gut für meine Bildung sei. Damals warst du ein Junge wie jeder andere. Sieh dir das an. Man könnte glauben, die Legenden wären wahr. Ich weiß. Es ist nicht mehr weit bis Bock klart. Ab hier wird es sicher belebter. Also müssen wir vorsichtiger sein. Ich würde sagen, du kannst meinem Körper auf sie glauben. Sagen wir zu gucken. Clive? Was hast du denn? Nichts. Es ist nichts. Ich bin nicht mehr der Jüngste. In unserem neuen Kaiserreich muss frisches Blut regieren. Und wer wäre dafür besser geeignet als mein Sohn? Da wäre noch etwas, Dion. Hugo Kupka ist tot und Drachenfang zerstört. Die Pfeiler der Republik sind gefallen. Nicht lange und das heilige Banner Sambrex weht über jeder Stadt in Sturm. Und dann, Valistea, alles soll bald unterworfen werden. Vater, das sind die Worte eines Tyrannen. Es sind die Worte einer Göttin. Unsere Herrin, die ich verkörpere. Große Kregors, Menschenform. Zurück zu deinen Truppen, Dion. Und halte dich bereit. Zeigen wir der ganzen Welt die wahre Macht von Sambrex. Vater. Ihr habt euch sehr verändert. Ist das wirklich ein Plan nach euren Wünschen? Oder sind es eingeflüsterte Gedanken? Von Ultima vielleicht? Was redest du da? Ich spreche für mich und nur für mich allein. Ich schulde aber Annabella Dank, deren Rat mir vieles deutlich gemacht hat. Bezüglich der Natur von Ländern, von Herrschern und auch von Göttern. Ihr vertraut den Worten dieser Verräterin? Sie brach ihre Treue zu Land und Ehemann! Deine Dienste waren für Sambrex stets von unschätzbarem Wert, Prinz Dion. Sicherlich wirst du auch deinem neuen Kaiser treu ergeben sein. Das kann nicht! Zurück! Was fällt dir ein? Du wirst gefügig sein. Renitenz ist Sünde. Herr. Vergebt mir. Beenden wir diesen Unsinn. Kommt, eure Heiligkeit. Das Rowena-Syndikat erwartet euch. Oh, nicht noch ein Treffen mit uralten Opas. Wie langweilig. Ich habe Hunger, Vater. Können wir nicht lieber was essen? Schmerzt es dich, dass nicht du den Thron erben wirst? Glaubt doch, was ihr wollt. Sei dankbarer, Dion. Als Bastard von Bahamut erkoren zu werden ist, Wunder genug. Seine Flügel haben dich getragen. Doch noch höher steigst du nicht. Dein Blut wird diesen Thron nicht beflecken. Was wisst ihr über mein Blut? Was eine kranke Familie. Die vergessenen Schritte. Wir folgen einfach der Küste. Was? Eine komplett kranke, gestörte Familie. Und ganz ehrlich, mir kann keiner irgendwie einen Vorwurf machen, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, irgendwo kommt der Inzest um die Ecke. Das fehlt nur noch. Ich sage immer noch, Mutti und Dion haben gebumst. Gut, das ist jetzt nicht wirklich Inzest, aber... Nö? Es fühlt sich trotzdem komisch an, ja? Es wird nicht leicht, ins Dominium zu kommen, so gut wie Sanbrek es bewacht. Ja. Jetzt wusste, wer die eigene Hauptstadt verloren hat. Wird er seinen neuen Sitz in die Chasia mit aller Macht verteidigen wollen. Seine Truppen sind gut trainiert und Kampf erfahren. Chokobu kann angreifen. Aber... ...ein Dagon kann mir schlecht warten. Los, Torgat! Da, Torgat! Es reicht! Jetzt, Torgat! Da, Torgat! 11.000 ist halt auch schon eine Hausnummer. Oh. Ich habe mich aufgehört zu rücken. Auf gesehen. Huxili. So, Torgeil. Ja, 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 Ambrosia meine ich. Ambrosia? Ach da. Ich wollte nur mal ausprobieren, ne? Ähm... Schneller! Schnell wie der Wind. Ich möchte einmal kurz da lang gehen und gucken, ob es da weitergeht. Oder was da das Problem ist. Oder ob es da wenigstens einen Ätheriten gibt. Die Straße nach Randela ist gesperrt. Scheitert die Belagerung. Wird es mehr als das brauchen, um die Scharen aus Sanbrek aufzuhalten. Ich folge aber erst mal der Quest. Erst mal der Quest folgen ist eine gute Entscheidung, glaube ich. So, hier ist noch ein Lüt. Lüt, schmüt. So, darf ich jetzt den Lüt einsammeln, bitte? Wäre sehr freundlich. Wirklich. Sehr schön. Mami, ich hab Hunger. Okay, hier ist noch ein Lüt. Hier ist bestimmt irgendwas. Hier ist bestimmt da was, ne? Ich guck mal. Ich guck mal nicht. Okay. Obwohl, warte mal, kannst du da hochbringen? Ich will einfach nur, dass ihr sterbt, bitte. Mann, stirbt doch endlich. Sehr gut. Jetzt würde ich wirklich gern sehen, warum das hier ist. Antikschwert. Was? Ich glaube, ich habe noch nie irgendwas Cooles gesehen. Wow. Kampfgeist. Ich habe noch nie Kohlennot bekommen. Nur vorm Rumlaufen. Ich glaube, ich wurde noch nie damit irgendwie belohnt. Nein, ich will nicht mit euch spielen. Hört auf, mich zu nerven. Okay. Bestimmt ist hier irgendwann eine Quest oder so. Naja. Okay. Hätte ja sein können. Aber ich habe ein Antikschwert bekommen. Das ist schon mal was. Auch wenn es eh Excalibur wahrscheinlich wird. Naja. Wow. Cool. Das war lustig. Nein, nicht die Flüchtenden. Das ist das Runterspringen. Alle auf dem Weg zum Kristalldominium. Weil sie ein Leben ohne den Segen der Kristalle nicht kennen. Okay. Wow. Hilfe, ich will raus. Danke. den Rest laufe ich. Rucklad-Märkte. Okay. Oh, Baby. Hier gibt's keine Kristalle. Hier gibt's keine Kristalle. Wir müssen weiter. Das Kristalldominium ist unsere letzte Hoffnung. Ich weiß. Hier sollen wir auf Götz warten, oder? Richtig. Richtig. Er wollte nachkommen, sobald er mit allem fertig ist. Eigentlich dürfte er schon da sein. Keil dich. Ich muss schleunigst zum Dominium aufbrechen. Verdammte rote Karawane schnappen sich immer. Okay. Was ist hier? Also, warum ist hier alles so? Eine Notenrolle? Wow. Ist das schon wieder? Ich hab Gil. Das Rad und Sichel lädt alle Händler und Reisenden mit wunden Füßen, trockener Kehle und leerem Magen ein, sich eine Weile bei uns auszuruhen. Keine Sitzplätze für Träger. Aber man muss auch Geld haben, oder? Also, es ist nicht umsonst. Oder? Kein Wunder, dass alle das Weite suchen. Das ist nicht alles. Lord Kupka soll auch gefallen sein. Die Tage der Republik sind wohl gezählt. Ups. Ich war's nicht. Ich bin unschuldig. Tut mir leid. Also, tut mir nicht leid, weil ich war's ja nicht. Diesseits der Meerenge wirst du keine bessere Auswahl finden. Meteorstein. Trail. Ja, das nehm ich mal mit. Du hast ein scharfes Auge. Danke. Du bist da auch in Ordnung. Torgals Angriffswert. Geh mir aus den Augen. Ich brauche keine Träger. Okay. Die Märkte von Bocklard. Wunder aus Übersee. Kommt und schaut. Schaut und staunt. Mein Herr, wie wäre es mit einem... Wie viel für einen mickrigen Kanten Brot? Günstiger findest du's nicht mehr, heutzutage. Kannst dich gern davon überzeugen. Das Kristalldominium wird weiterhin ohne jegliche rechtliche Grundlage von Sanbrek besetzt gehalten. Für sämtliche Grenzübertritte nach Dichazia ist eine offizielle Genehmigung der Dalmekischen Armee zwingend erforderlich. Wer Einlass begehrt, soll sich hier anstellen und alle nötigen Papiere zur Überprüfung bereithalten. Anscheinend wollen noch mehr Leute schnell weg von hier. Und alle werden kontrolliert. Aber es ist dringend. Das interessiert mich doch nicht. Wird schwierig werden ohne einen Pass. Lass uns nach Götz suchen, gehen wir. So schwer kann er nicht zu finden sein, so groß wie er ist? Also... Nee, ich möchte keine Pfirsiche, aber danke dir. Du bist auch süß. Wirklich. Das war so einfach. Du darfst dich nochmal verstecken. Da bist du ja. Clive, es tut mir so leid. Bitte erzähl Tante nichts. Ganz ruhig, Gatz. Was ist denn überhaupt los? Mein Händlerpass. Er ist weg. Ohne könnten wir nicht mal mit der Karawane mit. Wir kommen ja nicht mal an den blöden Grenzposten vorbei. Wann hast du ihn dann das letzte Mal gesehen? Gerade eben war er noch in meiner Tasche und... Dann kam ein Junge angerannt und... Hey! Denkst du, der hat ihn vielleicht geklaut? Würde mich nicht wundern. So ein belebter Markt ist eine Einladung für Taschendeber. Also müssen wir als erstes diesen Jungen finden. Wo sollen wir denn da anfangen? Ich... Ich weiß wo. Ich kenne hier in Bocklad eine, die uns helfen könnte. Sie weiß einfach über alles Bescheid, was hier so passiert. Wo finden wir sie? Ihr gehört die rote Karawane. Ist nicht weit. Auf dem Schild ist ein roter Chocobo. Keine Zeit zu verlieren. Geht ihr schon mal vor? Ich gucke lieber nach, ob mir nicht noch mehr von meinen Sachen fehlen. Mach das. Wir sehen uns dort. Gut, dass wir da nicht schon waren. Und halten wir Ausschau nach diesem roten Chocobo. Unsere nachthebischen Kinder. Neben dem Grenzposten. Kein Mensch mag Birnen. Birnen sind echt nicht lecker. Genauso wie Lauch und Paprika. Da kann mir auch niemand irgendwas anderes erzählen, ja? Kein Mensch mag Birnen. Geht's? Braucht ihr eine Kutsche? Zehn Millionen für einen Zweispender ins Kristalldominium. Nicht verhandelbar. Oh, darum geht es nicht. Dann einen schönen Tag. Warte! Geh noch nicht, El. Die gehören zu mir. Das ist doch nicht zu fassen. Götz! Was machst du denn hier in Bocklad? Du bist wohl nicht im Auftrag von Karon hier. Erzähl schon. In was für Schwierigkeiten steckst du dieses Mal? Mein Händlerpass wurde geklaut. Von einem Kind. Und das dir? Dabei bist du so groß wie ein Morbol. Also wirklich. Götz sagte, du kennst dich auf den Märkten aus. Hast du vielleicht eine Vermutung, welches Kind das getan hat? Wir wollen niemanden bestrafen. Aber wir brauchen den Pass. Danach ziehen wir sofort weiter. Verstehe. Ihr beide habt also auch keinen Händlerpass dabei. Als Händler geht ihr sowieso nicht durch. Aber deswegen seid ihr ja zu mir gekommen, richtig? Also, ich bin nicht sicher, wer euren Pass hat. Aber ich kann mir denken, warum er gestohlen wurde. Lasst mich erklären. Seitdem das Heer das Dominium belagert, wird sehr genau darauf geachtet, dass der Handelsverkehr dem Feind nicht mehr zugute kommt als uns selbst. Das ist der Grund dafür, warum Händlerpässe, die die Reise früher nur etwas einfacher gemacht hatten, jetzt für alle Grenzübertritte zwingend notwendig sind. Und da man sie nicht so leicht bekommt, sind sie jetzt heiß begehrt. So sehr, dass einige Leute auch zu illegalen Methoden greifen. Also stehlen Kinder diese Pässe, um sie unter der Hand zu verkaufen? Ja und nein. Die Pässe sind auf die Namen der Besitzer ausgestellt. Aber bisher ist nicht ein Name eines Bestohlenen in der Liste der Grenzüberquerer aufgetaucht. Das heißt? Dass irgendjemand die Namen in den Pässen ändert. Dieser Unbekannte hat auch die Kinder zu den Diebstählen angestiftet. Und dieserjenige ist jetzt wahrscheinlich auch in Besitz von Götz' Pass. Eins ist sicher. Hier werden die Existenzen redlicher Händler zerstört. Deswegen haben wir beschlossen, uns zu wehren. Helft ihr uns dabei? Ihr wollt euren Pass zurück. Und wir wollen, dass nicht noch mehr gestohlen werden. Findet die wahren Übeltäter und schlagt dabei gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Sag mal, gibt es einen anderen Weg ins Dominium zu kommen, Götz? Nein, außer mit der Karawane kommt ihr nicht rein. Ansonsten, weiß nicht. Vielleicht könnt ihr rüberschwimmen. Aber die Wachen erwischen euch garantiert, wenn ihr sowas versucht. Genau das, was wir nicht wollen, oder? Also entweder wir finden die Drahtzieher oder wir kommen nicht ins Dominium hinein. Na gut, wir helfen. Herzlichen Dank. Ich... Ich sollte mich vorstellen. Eloise, sehr erfreut. Clive. Auf gute Zusammenarbeit, Clive. Der Tischler-Meister am Stand im Zentrum des Marktplatzes organisiert die Suche. Trag das. Dann gibt er euch Auskunft. Ich schlage vor, dass ihr zuerst mit ihm sprecht. Der Tischler also. Verstanden. Gelegenheit macht Diebe. Die Titel sind schon nicht schlecht. Okay, ich habe jetzt das Siegel. Aber ich wette, das dauert noch, ne? Ja, okay. Dann machen wir natürlich noch keine Nebenquests, sondern machen gleich erstmal die Hauptquests weiter. Nicht wahr? Geh mir aus den Augen. Ich brauche keine Trägerin, die nicht... Eloise. Ist ja eigentlich irgendwas nicht im Argen. Sonderpreise! Darf sein Kännchen Schlangenspucke sein? Was? Hält warm in kalten Wüstennächten. Was? Schlangenspucke? Bist du ekelerregend? Die Karawane hält neben dem Grenzpost. Bescheid deinen Händlerpart? Bist du der Tischlermeister? Auf der Suche nach etwas Bestimmtem? Oh, Eloise hat dich auch am Kragen. Dann hat sie dich wohl geschickt. Sie sagte, du leitest die Suche nach den Dieben. Geht's voran? Also, sie scheinen immer Händler mit viel Gepäck zu bestehlen. Macht das Aufpassen schwerer. Und die Opfer können sie nicht verfolgen, falls sie auffliegen. Spielt aber auch keine Rolle. Diese Knirpse kennen hier wirklich jede Ecke und sind immer sofort weg. Götz muss ein wahres Bilderbuchopfer gewesen sein. Die Fischhändlerin am Tor versucht auch schon seit Längerem, diese Kinder zu finden. Redet doch mal mit ihr. Danke. Machen wir. Okay, Fischhändlerin. Ähm, äh, ah, da. Das ist ja gar nicht weit. Diese Qualität sucht ihr in die Chasia vergeblich. Hallo Frau Fischhändlerin. Frau Fischhändlerin, ich will die ganze Zeit frisch sagen. Fisch gefällig? Frisch, gesalzen, geäuchert? Wusste es. Die sah schon so aus wie Martha. Ja, Martha. Ihr kommt von Eloise, oder? Sie will, dass wir ihr helfen. Euch helfen. Die Diebe zu finden. So ist das. Dann sag ich euch wohl besser, was ich weiß. Ganz sicher ist das kein Familienclan. Alle Kinder, die gesehen wurden, waren schmutzig und trugen Lumpen. Mit anderen Worten, Straßenkinder. Davon haben wir hier viele. Etwa Kriegsweisen? Einige vielleicht. Sicher habt ihr all die Flüchtenden am Tor gesehen? Sie alle hoffen auf einen Neubeginn im Kristalldominium. Manche nutzen jetzt auch diese Gelegenheit, um etwas Unnötigen Ballast abzuwerfen. Ein echter Schande. Die Hintermänner müssen sich den Kindern irgendwann einmal zu erkennen gegeben haben. Hören wir uns um. Fangt am besten mit den Kindern hier an. Die haben wahrscheinlich nichts damit zu tun, aber vielleicht wissen sie etwas. Dann versuchen wir es. Na gut, dann fragen wir die Kinder. Kann ja nicht so schwer sein. Komm doch mit mir ins Dominium. Da lässt es sich noch gut leben. Sie hört sich an wie Martha. Sie ist Martha. Sie ist undercover, Martha. Entschuldige, darf ich dir eine Frage stellen? Na, wenn es sein muss. Ich wollte nur wissen, ob dich nicht vielleicht ein paar Männer um etwas seltsames gebeten haben. Erwachsene wollen nichts von uns, außer dass wir die Klappe halten und uns wegscheren. Also rate mal, was ich jetzt von dir will. Verzeih. Ich bin schon weg. Toll. Jill kann gut mit Kindern, hä? Hast du etwas Zeit? Was willst du? Ich will wissen, wer Kinder wie dich zum Taschendiebstahl anstiftet. Weiß nicht. Mich hat keiner gefragt. Was ist Taschendiebstahl? Kriegt man da Gil? Nein, man kriegt Schwierigkeiten. Wenn dich jemand fragt, sag einfach nein. Kriegt man da Gil? Darf sein Kännchen Schlangenspucke sein? Nein. Entschuldige? Was willst du? Ich, ich, ich hab nichts für dich. Keine Angst, wir tun dir nicht weh. Wir haben nur eine Frage. Worüber denn? Wir haben gehört, dass ein paar böse Menschen, Kinder wie dich dazu bringen, Reisende zu bestehlen. Wir müssen wissen, wer das macht, damit sie aufhören. Ich weiß nicht wirklich was darüber, aber mein Freund, Honza, der meinte, er hat Arbeit. Was gefährliches. Klingt verdächtig. Wir müssen ihn selbst fragen. Wo könnte dein Freund denn sein? Er ist oft bei den Zelten vor dem Markt. Danke. Das hilft uns sehr. Okay. Honza. Honza Civic. Sonderpreise. Kommt und kommt. Okay. Versicher und Birnen. Ich mag keine Böhrnen. Entschuldigung, ich hab mit Absicht Böhrnen gesagt. Was ist hier? Was meinst du, Mädchen? Baby. Die Tocobus sind wirklich hübsch. Ja. Genauso wie du, Torgal. Ihr seid alle wunderprächtig. Sie meinte wohl, das Flüchtlingslager. Hoffentlich finden wir ihn dort. Papa, ich bin hungrig. Ha, der dumme Riese hat überhaupt nichts mitgekriegt. Dem hätten wir sogar die Stiefel von den Füßen klauen können. Genau, aber wir hätten den Pass nicht abgeben sollen. Mit so einem kämen wir vielleicht auch endlich hier raus. Das könnt ihr vergessen. Die würden uns an den Eingeweiden aufhängen, wenn sie das rauskriegen. Würden sie das? Vielleicht kannst du sie uns mal vorstellen, diese reizenden Gesellen. Oh nein, jetzt sitzen wir richtig in der Patsche. Was sollen wir machen? Lasst ihr zwei euch doch fangen. Ich bin weg. Honsa, wo willst du hin? Das ist also Honsa. Jill, pass auf die beiden hier auf. Den hole ich mir. Mach das. Okay. Ja, das ist ja lustig. Du bist ja witzig. Das wusste ich doch. War mir doch klar. Oh. Aha. Okay. Hä, der steht da einfach... Der versteckt sich nicht mal, der steht da einfach? Dreist. Keine Angst, Honsa. Ich werde dir nichts tun. Beantworte mir nur ein paar Fragen. Na gut, muss ich ja wohl. Ich suche die Leute, die dich zum Stehlen anstiften. Wer sind sie? Sie nennen sich die Findlinge. Sie haben mir tüchtig Geld versprochen, wenn ich mitmache. Ich wollte nicht, aber ich muss auch essen. Das habe ich ziemlich selten, bevor die mich angeheuert haben. Und wenn nicht ich, hätte sie eben ein anderer gemacht. Dafür gibt es immer irgendwen. Honsa. Du hast ihn gefunden. Jill. Wo sind die anderen? Eloise passt auf sie auf. Sie wollte, dass wir dich suchen. Du... Du Dieb! Deinen Pass habe ich nicht mehr, also frag mich nicht. Ist bei den Findlingen. Und zurück kriege ich den auf keinen Fall. Verraten würde ich sie eh nicht. Ohne ihre Gil wären wir schon längst verhungert. Verraten würde ich nicht mehr. Du verwechselst uns. Wir sind auf derselben Seite. Faule Ausreden. Das Siegel. Woher hast du es? Das ist doch Theo. Götz? Was treibst du bei diesen Leuten? Seid ihr diejenigen, die meine Schwester erwähnt hat? Deine Schwester? Heloise hat uns gar nicht gesagt, dass sie einen Bruder hat. Warum sollte sie? Ich bin nur der Mann fürs Grobe. Theodor, zu euren Diensten. Das eben tut mir leid. Theodor, was weißt du über diese Findlinge? Aasgeier, die in Bocklat ihr Unwesen treiben. Sie plagen alle hier, berauben die Besserbetuchten und zwingen die Habenichtse der Bande beizutreten. Ich beobachte sie schon länger, weil ich den Flüchtenden hier neues Leid ersparen möchte. Aber anscheinend sind sie noch skrupelloser, als ich dachte. Honza ist in Ordnung. Er hat nur getan, was er tun musste. Hätten er und seine Freunde nicht gestohlen, wären andere Kinder dazu gezwungen worden. Wahrscheinlich gewaltsam. Clive, oder? Meine Schwester wollte, dass du den Diebstählen ein Ende setzt? Dann verfolgen wir das gleiche Ziel. Gelegenheit macht die Über. Was ein stranger Typ. Ich mag ihn. Ein Derpy. Eine kleine Doofnuss. Mein Händlerpass. Entschuldigung. Ach, okay. Entschuldigung. Wie geht's weiter? Wie schon. Wir spüren die Findlinge auf und erledigen sie. Ihr bekommt euren Händlerpass zurück und ich sorge für ein sicheres Bocklad. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Unser, wo ist das Lager? Keine Sorge. Sie werden's nie erfahren. Weiß ich doch nicht. Die Pässe holen sie immer bei uns ab. Direkt vor dem Tor. Einmal bin ich ihnen nach, aber dann haben sie mich gleich entdeckt. Ich dachte, das war's mit mir. Versuchen wir's trotzdem. Wo war das genau? Runter in Richtung Lätenikluft. Ich weiß wo. Dann auf zur Lätenikluft. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wo ich hin muss. Die Lätenikluft liegt südlich von Bocklad. Nein, die Vögel sind nicht scheu. Die Vögel sind toll. Die Vögel lieben mich. Die wissen, dass ich nie was Böses wollen würde. Hier gibt's keine Kristalle. Wir müssen weiter. So, die vergessenen Schritte. Hallo Ambrosia. Komm, ist hundertprozentig hier, oder? Hundertprozentig. Ich mein, es muss ja ein Versteck sein. Hey, Leute. Hey, Boys. Das ist dieser verdammte Drecksack, der uns hinterhergeschnüffelt hat. Hättest dich raushalten sollen. Da, Torgal. So. Ich mein, wenn die so aufeinander stehen und ich relativ weit weg bin, dann ist das ganz lustig. Weil dann dauert's auch nicht so lange, dass ich das aufläd. Gut, jetzt war ich zu weit weg. Aber das geht schon. So. Hallo? Können Sie mich bitte treffen? Das waren sicher nicht die Anführer. Aber wir sind ihnen auf der Fährte. Echt nicht? Also jetzt ist er wirklich nicht da? Okay. Ich hätte darauf gewettet. Hätte ich da. Aber gut. War keiner da zum Wetten. Nein. noch mehr Fußfolg jetzt weniger hat sich gelohnt heute was ja ein paar von den neulingen sind wahre naturtalente vor allem die kinder dieser kleine honsa hat flinke finger eines tages haken sie die ab aber bis dahin bringt er uns fette beute abschau die anführer der findlinge nämlich an sie verdienen keine gnade kleif an gnade dachte ich eher weniger bereit wenn du es bist theodor aber immer doch hey leute hey leute ja also ich bin es wirklich ich bin auch echt so dumm zum kacken gerade leute ich will hier erst mal also da war zitanscher konnte ich wusste gar nicht dass es das gibt das ging nicht also der der titanische blog what the fuck das ist krass Okay. Achso, ich war auf dem Falschen, Entschuldigung. Das ist so lustig. Okay, perfekt. Okay. 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 Okay.